Zombie Apocalypse Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ihr denkt jetzt bestimmt so Och Paulin, nein Okay, Alarmstichwort Darf ich jetzt zu Ende reden? Okay, also ich mach's mal ganz kurz Ich weiß, ihr wolltet eigentlich gar kein Roblox mehr wirklich so sehen Aber In letzter Zeit haben so viele gefragt Ey Paulin, wann machst du wieder Roblox? Kannst du mal wieder Roblox spielen? Kannst du wieder was mit Feuerwehr machen? Kannst du mit uns zusammen spielen? Ich dachte mir so, okay Leute Ganz, ganz in Ruhe, wir machen Roblox Ich schau mal, wie das heute bei euch ankommt Was ihr dann sagt nach dem neuen Video Und was soll ich sagen Ich bin auf einem neuen Server Ich bin auf dem Bodensee-RP-Server Hier gibt es Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst SEK ADAC Und was es alles so gibt Das ist Wahnsinn Also wirklich Hut ab An diejenigen Leute Die diesen Server hier erstellt haben Oder beziehungsweise gerade dabei sind Diesen Server aufzubauen Richtig, richtig cool Was ich bisher schon gesehen habe Vor der Aufnahme So Aber erstmal für heute bin ich in der Feuerwehr Aktiv unterwegs Und ich brauche erstmal meine Sachen Meine Einsatzklamotten Ich muss mich erstmal wieder reinfinden Ich bin ja zurück in Roblox Ne Das ist nix mit Alice Das ist kein Feuerwehrsmolater oder so Nein Das ist ein Spiel, was man sich aufbauen kann Mit sämtlichen Blaulichtmods und so weiter Also Blaulichtfahrzeugen Ich weiß nicht, ob das auch Mods sind Die man hier benutzt oder Die man hier erstellt So Moin Machst du Video Das ist immer so das Erste Ich spiele kaum Roblox Ne Aber wenn ich dann mal auf irgendeinem Blaulichtserver bin Kommt dann gleich die Frage Machst du Video Bist du Premium, Paul Bist du der Echte Ja Leute Ich mache ein Video Ich mache gerade ein Video, Leon Wenn du also jetzt Dir das Video gerade Anschaust Grüße gehen raus Du siehst extrem muskulös aus Also wirklich Wahnsinn Hast du gepumpt? Gehst du pumpen, Leon? Das musst du mir mal in die Kommentare schreiben Also laut deiner Figur Würde ich mal sagen, ja Okay Ich werde mich dann erstmal in meine Klufte schmeißen Natürlich, ne Mit Headset Was muss, das muss Also Headset muss immer da sein So Warte mal, AGT Bin ich auf AGT? Bin ich schon AGT? Darf ich das? Darf er das? Ich mache es jetzt einfach mal Also Ich bin jetzt einfach mal so, ne So Dann muss ich mal ganz kurz hier durch Ähm, schalten Ach Sogar mit Ausweis Das ist cool Mit Smartphone Mit Lampe Mit Triopan Leitkegel Barriere Strahlrohr Axt Ey, ist das fett, Leute Ich bin sogar Gruppenführer, ne Das sind die zwei Striche, glaube ich, oder? Das ist ja Wahnsinn Was man hier gleich zum Anfang alles hat Wenn man auf dem Server drauf ist, ne Was kann ich denn hier machen? Interagieren Ach, hat jeder seine eigenen Schließfächer? Das ist cool Das ist ja richtig cool Ah, guck mal Das ist sogar das erste Einsatzfahrzeug Das schauen wir uns natürlich sofort an Ich habe hier noch kein einzelnes Fahrzeug gesehen Achso, der spawnt die gerade hier Aha, der Kameradkollege spawnt die Autos gerade Wer ist denn das hier? Pythor und Coax Okay Freiwillige Feuerwehr Stadt Überlingen Oh, sieht das cool aus Traumhaft Richtig schön Richtig, richtig toll Kannst du an der Seite hochlaufen Und hier ist gerade richtig Action auf dem Server gefühlt Also hier sind gerade irgendwie ganz viele Einsätze Ich denke mal, die Handschelle heißt Polizei Oh, wir haben einen Feuereinsatz Das grüne ist Rettungswagen Einsatz Und das rote ist halt für uns Feuer Für die Feuerwehr Komm, dann steigen wir einfach mal ein Und wir gucken mal Was wir jetzt für einen Einsatz kriegen Oder wenn wir überhaupt einen haben Das weiß ich ja nicht Aber es sieht so aus, ne? So, was ist denn nun hier? Wie, wie? Parkt ihr jetzt erstmal ein? Hallo? Entschuldigung? Wir haben einen Einsatz Ne Nicht mit mir Alter Ne Das kannst du nicht machen Also wenn Einsatz angezeigt wird Dann müssen wir hier dementsprechend auch gleich losdüsen MTW ELW ELW neu ELW 2 DLK HLF KEF TLF Huh Okay Soll ich die einmal einfach durchscrollen? Soll ich einfach mal? Warte mal Das ist Das ist die DLK Ah, das ist ja fett Das ist das TLF hier, ne? Von Ziegler Megaschön Okay Darf ich da rein? Oder wie ist das? Hä? Ah, okay Ich glaube hier klebt das Äh, KDOW Der KDOW klebt da Okay, so Was ist denn jetzt hier? Äh, Blaulicht So, da spawnt gerade der ELW Warte mal Ich muss mir ganz kurz die Leute, Entschuldigung Ich muss mir ganz kurz die Autos mal angucken Weil wie gesagt Ich hab die noch nicht einmal gesehen gerade Ich seh halt nur gerade Dass ich, äh Wie die anderen Leute gerade Ihre Autos auf meine DLK spawren Warum auch immer So, wenn ihr gerne auf dem Server mitspielen möchtet Wie gesagt Könnt ihr das gerne machen Das ist alles kostenlos Könnt ihr gerne mitspielen So, wenn man auf den Server kommt Drückt ihr die Taste M Wie Michel Und dann könnt ihr euch einen Job aussuchen Also hier Mafiosi Hätte ich das mal gemacht Pilot geht nicht SEK geht auch nicht Da musst du Roblox ausgeben hierfür Die Ingame-Währung von Roblox Aber den Rest kannst du machen Feuerwehrpolizei DAF Busfahrer Bürger DHL Also alles was man so sich vorstellt Von so einem RP-Server Boah Nee, fett Cool Feuerwehr überlegen Das ist doch Aua Einsatzleitung Das ist ja Fancy So, dann düsen wir mal los hier Mit der DLK hier Pass mal auf Der EW kommt auch noch hinterher Was haben wir denn hier Das sieht so aus Als ob das brennt Warte mal Ich guck mal kurz Was denn jetzt Hoch Okay Das ist anscheinend hier Das ist anscheinend kein Brand Oder so Das ist einfach bloß Eine Info für irgendwas Erstmal reingefahren Verstehe Ach guck mal Das ist die Polizei Warte mal Entschuldigung Ich muss hier mal ganz kurz durch Ja, ich weiß Du guckst anscheinend meine Videos Aber ich muss hier kurz durch Ich würde hier gerne weitermachen Kannst du mal rausfahren oder so Ist das möglich? Lieber Zuschauer Bitte Lass mich hier durch Lass mich doch rausfahren Das sieht nicht gut aus Bitte einmal anschieben Danke So Guck mal Das sieht doch schon besser aus hier So Jetzt haben wir noch einen Einsatz Mit 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 den eigenen Einsatzfahrzeugen In der Feuerwehr So Hiepstoff alter Gib ihm Was denn jetzt Ich glaube Ich glaube Wir haben uns jetzt Richtig verkeilt Ich glaube Wegschieben oder so Ist auch nicht drin Das sieht schon cool aus Hier gerade Die PA Sieht schön aus Hat was Was ist denn hier? Soll ich als Beifahrer mitkommen Oder wie? Komm Pass mal auf hier Kollege Gib mal Gib mal Stoff Ich fahre einfach hinterher Also ich Ich komme einfach mit Sag ich mal so Aber bitte fahr da nicht rein Lass die einfach so stehen Mach da bloß nichts kaputt Also Bohnsee RP Ist bisher wirklich richtig schön Hier ist der Startpunkt Ne? An alle die das gerne Wissen möchten Hier startet man Wenn man auf dem Server Das erste Mal ist Dann kann man sich auch Gleich Ein Auto spawnen Was man gerne möchte Ein privates Und kann damit sozusagen Zu seinem Job fahren Da wo man auch immer hin will Okay also ich muss bloß noch rausfinden Wie das ist Wenn man hier einen Einsatz hat Also Warte mal Globaler Chat Ja gut Ähm Das machen wir mal zu Ach wir können auch unser Auto löschen Ja das machen wir Ja Okay Dann nehmen wir einfach mal den ELW jetzt hier Achso das gibt nicht Das ist natürlich cool Ne Dass man hier einfach irgendein wildfremdes Auto nimmt Nimmt Also muss man sich wirklich sein eigenes kaufen Das ist schön Okay TLF haben wir gesehen DLK haben wir gesehen ELW haben wir gesehen KDW haben wir gesehen Oh Und zur Feuerwache ja Die ist groß Die ist richtig groß Und oben rechts sieht man außerdem auch noch die Spieler Die sich halt aufgeteilt haben Ähm Auf den einzelnen Gebieten Auf den einzelnen Jobs So also wir gehen jetzt erstmal hier auf spawnen So Ne Dann können wir uns nämlich erstmal wieder ein neues Auto holen Ich würde dann gerne mal ganz kurz Warte mal Ne Kev nehmen wir nicht Wir nehmen mal das Das HLF Das muss ich mir auch mal angucken Das ist Ach das ist ja das gewesen Von eben Okay Ich dachte das ist ein anderes Das gefällt mir am besten irgendwie Das sieht schön aus Guck mal Machen wir Blaulicht an Ach hier ist das Modul Also das Control Pelle gleich anders Das sieht wieder so aus dann Licht haben wir überall Wir haben Blinker Ne Ach ne Das ist kein Blinker Das ist Achso Das hinten der Heck war Ne So Licht machen wir wieder aus So brauchen wir alles hier nicht Ne Dann gucken wir mal ein bisschen rum hier Was hier so abgeht Ne Ich denke mal die kommen hinterher So wie es aussieht Also ich muss ja auch erstmal Zurecht finden hier Ne Ob man Was ist denn jetzt los Ich muss erstmal gucken Wie ich am besten jetzt Na Wie ich am besten jetzt erstmal rauskomme Hallo Hallo Ich möchte gerne an das Auto einsteigen Einmal rein in die gute Stube So warte mal Wir können mal kurz nach oben machen Also wir sind hier in einer großen Stadt unterwegs So wie es aussieht Ne Das ist ja Das ist ja richtig groß hier Oh je Hängen wir schon wieder hier fest Sieht so aus Ne So So warte mal Jetzt machen wir mal kurz Dass wir hier wenigstens ein bisschen noch rumfahren können Ein bisschen mit Blaulicht Mit Martinshorn Komm ich warte einfach mal die Polizei hinterher Wir haben ja sonst gerade nichts zu tun Oh Oh Sorry 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 Das war nicht geplant Ich hänge schon wieder fest Tut mir leid Die Cops müssen auch denken Oh Gott Das kommt der Derjenige da wieder Mit dem Feuerwehrfahrzeug Wo fährt denn da eigentlich langsamer Das ist ja aber auch Das steht aber auch nicht in den Regeln Dass man das darf hier Ne Das ist Fußgängerzone Das machen wir aber auch hier nicht Ich fahr mal wieder zurück hier am besten Ach guck mal Da Da ist die Luftrettung Die klebt am Baum Am Gebäude Also wenn das kein Einsatz ist Dann weiß ich auch nicht So der lässt mich klasse stuhlen Hier So wie es sein muss Also der Heli Der klebt auf jeden Fall förmlich Im Baum Hier ist was los Also Da will noch jemand sagen Ich kann nicht fahren Also der kann auf jeden Fall Nicht fliegen derjenige Der hat sich erstmal Komplett in den Baum verhangen Ob das jetzt hier irgendwie Neben RP ist Weiß ich nicht Also es soll eigentlich Ein Roleplay Server sein Aber sind wir mal ehrlich In Roblox So richtig RP machen Das ist glaube ich Gar nicht so einfach Denn miteinander Sich zu verständigen Geht natürlich auch nicht Man muss halt Man ist dazu gezwungen Im Textchat zu schreiben Sag ich mal so Das ist schon echt schwierig Polizei Also Oh der ist weg Okay Also ich muss mal sagen Alle Skins sehen richtig top aus Gefällt mir Richtig gut der Server Also falls ihr Bock habt Wir Freunde Spielt gerne mit Vielleicht sehen wir uns demnächst In der nächsten Aufnahme wieder Wenn ihr Bock habt Und Ja Und schreibt gerne mal in die Kommentare Ob ihr noch weitere Videos Sehen wollt Von Roblox Und Schreibt mir gerne auch mit dazu Was ich als nächstes machen soll Also Feuerwehr Polizei Rettungsdienst Ihr könnt mir immer wieder gerne In die Kommentare schreiben Ja Dann würde ich erstmal sagen Für den ersten Einblick Soll das erstmal reichen Vielen, vielen Dank Fürs Einschalten Und Bleibt gesund Wir sehen uns Bis dahin Macht's gut Ciao